Heute bauen wir eine richtig coole Ladeanimation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um CSS und zwar werden wir mal wieder eine Ladeanimation bauen, weil ich finde das ziemlich cool und es macht immer Spaß und es ist so ein kleines Gimmick. Und naja, heute werden wir eine weitere bauen. Das Ganze ist ziemlich einfach, also es ist nicht wirklich schwer. Ihr braucht auch nur CSS und irgendeine Form von Grafikprogramm, sowas wie Illustrator, Affinity Designer oder irgendwas in dieser Richtung und natürlich ein bisschen Verständnis in CSS, weil wir werden das Ganze in CSS bauen, das heißt, ihr braucht kein JavaScript oder irgendwelche fancy Frameworks, um das Ganze zu lösen, sondern nur eine SVG-Grafik und ein bisschen Fantasie. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zur Discord, da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten, ja, verlieren wir keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß, auf geht's! So und los geht's als erstes, wie immer mit einer kleinen Demo. Diese könnt ihr natürlich live angucken, die ist ohne Videobeschreibung, nämlich verlinkt auf CodePen, dort könnt ihr euch das live ansehen und im Zweifel auch komplett kopieren, aber das empfehle ich nicht, weil wir wollen das Ding ja selber bauen und verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, damit legen wir jetzt direkt los. So und los geht's mit der Erstellung unserer Grafik, die wir später animieren wollen. Ich habe hier schon eine Zeichenfläche erstellt, die ist 100 Pixel weit und exakt, ich glaube, 150 oder ich glaube sogar 200 Pixel hoch. Da wir erstellen uns jetzt hier erstmal einen Kreis, dieser Kreis soll 100 mal 100 Pixel sein und sollte sich genau an der untersten Linie hier ausrichten, was heißt exakt genau so. Diesen färben wir jetzt einfach mal schwarz und erstellen uns hier jetzt einen neuen Kreis mit Steuerung B, fügen wir ihn genau über dem anderen Kreis ein und sagen jetzt hier, okay, wir möchten den gerne 70 Pixel haben. So und jetzt haben wir nämlich einen Kleinkreis, wir müssen den jetzt einmal kurz in den Hintergrund schieben und jetzt haben wir einen Kleinkreis und einen großen Kreis und können die voneinander abziehen, sodass wir nur noch eine äußere Form haben unseres Kreises. Den können wir jetzt einmal so lassen, erstellen uns hier einen neuen Kreis, machen jetzt hier 100 minus 15, hier 100 minus 15, haben jetzt einen Kreis, der quasi genau die Größe hat von dem Mittelpunkt hier von diesen beiden Kreisen und können diese jetzt einfach übereinander ausrichten. Einmal ausrichten, zack und das jetzt bitte einmal wieder komplett unten. So, genau fixiert. Und dieser Kreis hier, der braucht keine Form, sondern der braucht in unserem Fall nur eine Kontur, die mache ich jetzt einfach mal rot, mache die hier auf 15, beziehungsweise mache ich einfach mal so ein bisschen größer, so und wir machen hier, dass das Ganze quasi so runde Ecken hat, aber das ist eigentlich egal, weil das werden wir später sowieso nochmal aufheben. Jetzt müsst ihr einmal A drücken, damit ihr dieses Werkzeug hier auswählt, damit ihr direkt diese Ankerpunkte auswählen könnt, klickt den obersten Ankerpunkt an und löscht den einfach raus, sodass das hier ein Pass ist, der so genau diese Halbform hat. Jetzt brauchen wir noch unsere beiden Bällchen, die sich quasi unten animieren. Diese sind nicht mit einer Kontur, sondern haben eine Farbe. Die werde ich jetzt hier setzen. Wie gesagt, die Farben sind komplett egal, das werden wir gleich alles ins CSS machen. Und diese Kreise sind exakt 15 Pixel und sollten jetzt, wenn ich V drücke, kann ich die auch bewegen, kann ich die nämlich direkt hier draufziehen und jetzt den anderen auch exakt hier positionieren, dass das hier wirklich exakt ist, also dass das möglichst genau ist. Auch wenn das Icon später wahrscheinlich auf Webseiten eher so diese Größe annehmen wird, brauchen wir einfach die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Platz zu haben. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Größen wählen. Ihr könnt das auch viel breiter machen oder viel schmaler machen. Das liegt ganz bei euch. Aber so wie das hier ist, reicht uns das schon. Und jetzt können wir auf Datei gehen und wie wir es schon häufig gemacht haben, speichern unter und speichern das Ganze als SVG. Und in dem Moment öffnet sich ein kleines Fenster und wer schon öfter mal in die Videos geguckt hat, weiß, wir drücken hier einfach auf Code und jetzt öffnet sich einfach der Texteditor und das kopieren wir uns einmal. So, und los geht's mit unserem eigentlichen Coding-Part. Und hier seht ihr schon meine standarde Entwicklungsumgebung in Visual Studio Code. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt und wir werden heute hier aber nur in der Index.html und in der Main.sass etwas machen. Und das Erste, wir kopieren uns hier unsere Grafik rein und die bearbeiten wir jetzt etwas. Als erstes, dieser Style-Bereich kommt raus. Dann hier oben schreiben wir einfach mal in unser SVG-Bereich 100 rein, damit wir hier 100 haben. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab und ihr seht jetzt hier, wir haben hier so einen Kreis und so einen Halbkreis und hier irgendwo im Nichts sind auch unsere beiden Punkte. Das Erste, was wir jetzt machen, wir müssen unsere ganzen Elemente mal korrekt benennen, damit wir damit vernünftig arbeiten können. Und ich weiß, das hier ist unser Ball left und ich weiß, dass das hier, der untere, unser Ball right ist. Das heißt, das sind diese beiden Bälle, die hier und hier positioniert sind. Das hier ist unser Stroke, das ist unser Halbkreis, wo einfach nur der Pass ist. Und das hier oben, also dieses Element hier, dem müssen wir auch noch eine Klasse geben, das ist unser Circle, also unser kompletter Hintergrundkreis. Natürlich sollte ich Circle auch korrekt schreiben. So, das speichern wir so ab. Mehr müssen wir nämlich hier in unsere Index.html gar nicht machen, und deswegen können wir das einfach schließen. Der nächste Part ist nämlich schon deutlich interessanter. Und zwar müssen wir als erstes zwei Variablen in unserem SAS-Part eingeben, nämlich einmal Time, das ist 1.8 Sekunden bei mir, und Jump. Und Jump ist bei mir 7 Rem. Jump ist nämlich die Höhe, wie hoch unsere Punkte springen werden, und Time ist einfach die Dauer unserer Animation. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir gestalten Circle. Und Circle in unserem Fall ist einfach weiß, also ich will den weiß füllen, und sage hier einfach noch Opacity, 0.1, also 10%. Und jetzt seht ihr, dass der Kreis sich so ein bisschen animiert hat. Das nächste, was wir brauchen, ist Stroke. Und Stroke ist quasi einfach nur unser Halbkreis. Und hier wollen wir eine Farbe vergeben, nämlich wie ihr jetzt seht, so ein Blauton. Und natürlich hat der auch eine Breite, in unserem Fall Stroke Width, und 1.5 Rem. Damit sollte er jetzt genauso breit sein wie der Rest. Und wir haben hier noch zwei weitere Elemente, nämlich BallLeft, Komma, Punkt, BallRight. Das Ganze können wir jetzt erstmal so lassen, aber ich sage mit Display, None, dass die erstmal verschwinden sollen. Wie ihr seht, sind die weg. Und ihr seht auch, dass unsere Linie hier gerade abgeschnitten ist. Das wollen wir natürlich nicht. Das sieht nicht schön aus. Und dafür sagen wir jetzt Stroke und dann hier Line Cap und hier Round. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr, okay, die sind wunderbar rund geworden. Das nächste, was wir hier brauchen, ist ein weiteres Attribut, nämlich Fill mit None. Und in dem Moment ist quasi dieser schwarze Bereich hier in der Mitte verschwunden. Und es ist nur noch der äußere Bereich, der sichtbar ist. Natürlich unsere beiden Bälle, die wir hier haben, die müssen wir jetzt auch noch gestalten. Und dafür blende ich mal kurz unseren Stroke aus und die hier natürlich wieder ein. Die bekommen nämlich jetzt auch eine Fill Color. In unserem Fall auch einfach Prime. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sieht man hier unsere beiden Punkte wunderbar. Das sieht schon mal korrekt aus. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist unsere Animation. Hier haben wir einmal Ball Left, dann haben wir Ball Right und wir haben Stroke als Animation. Das heißt, diese drei wollen wir später gestalten und dieses Display None brauchen wir nicht mehr. Das blende ich jetzt erst mal weg. So, was für Animationen oder wie wollen wir unsere Animation machen? Im Prinzip wollen wir hier diese Border von unserem Stroke animieren und am Anfang soll unser Stroke unsichtbar sein und dieser Punkt soll von oben runterfallen. Dann soll der Punkt unsichtbar werden. Stroke soll sich einmal rüber animieren. Dann soll Stroke unsichtbar werden und dieser Punkt springt hoch. Und diese Animation ist quasi dreigeteilt und jeder, jedes Element dieser Animation, also der erste Punkt, Stroke und der zweite Punkt, darf jeweils nur so ein Drittel der Animationszeit brauchen. Als erstes blende ich daher noch mal kurz unsere beiden Bälle aus und wir erstellen uns jetzt als erstes mal eine Animation für unseren Stroke. Und dafür sage ich jetzt hier unten Animation, sage Dash, beziehungsweise wie nennen die wir Stroke? Stroke, sage hier Time, also wir wollen unsere Variable als Teil nehmen, Ease, In und Out, Alternate und Infinite. Was heißt, sie soll unendlich lange gehen und sie soll sich vor und dann wieder zurück animieren, das ist Alternate und Ease, In und Out ist einfach so ein bisschen, dass das so ein bisschen smoother rein und wieder raus geht. Natürlich haben wir jetzt noch keine Stroke-Animation und diese müssen wir jetzt als erstes mal erstellen. Und dafür sagen wir Add Keyframes und sagen hier Stroke. Bei 0%, jetzt wird es nämlich ein bisschen tricky, sage ich mal, und jetzt Stroke-Array 150. Dash-Array ist quasi, wenn ich das jetzt mal so abspeichere, dann passiert hier nichts. Also es wird sich nicht wirklich verändern, aber das liegt, glaube ich, daran, dass diese beiden Sachen hier drin sind. Und was wir jetzt noch brauchen, ist quasi ein Offset. Das heißt, wir wollen nicht, dass dieser Stroke permanent komplett rüber geht, sondern wir wollen hier ein Offset von minus 150. Und in dem Moment seht ihr, es ist nicht, also es war gerade kurz weg. Es ist quasi kurz ausgeblendet. Und das hat den Grund, dass wir jetzt den Offset quasi animieren. Stroke-Array ist einfach nur die Länge unserer Border, die wir definieren. Und Stroke-Offset ist quasi die Position, mit der wir jetzt arbeiten. Und das erste, was wir machen, bei 100% wollen wir nämlich jetzt einfach die Animation abschließen. Und in dem Moment soll die ganz rüber gehen. Wenn ich das jetzt animiere, seht ihr, es geht rüber und es fällt wieder zurück. Das sieht schon mal wunderbar aus. Also es funktioniert. Und hier müssten wir theoretisch jetzt noch ein Stückchen rüber gehen, was heißt, wir gehen da komplett raus, sodass die komplett verschwindet. Das sieht also schon mal richtig aus. Das Problem, was wir jetzt haben, wir haben ja hier unsere beiden Bälle, die hoch und runter springen. Was heißt, wir müssen das, oder wir können das nicht bei 0 und 100 machen, sondern wir müssen es unterteilen. Und um das zu unterteilen, müssen wir einmal bei 25%, bei 26%, bei 67% und bei 68% jeweils noch einen Keyframe setzen und jeweils quasi das animieren. Weil die ersten 25% soll das komplett unsichtbar sein. Das heißt, wenn ich das jetzt so beende oder speichere, seht ihr, dass es am Anfang eine kurze Zeit einfach unsichtbar ist und dann erst einblendet. Der nächste Punkt, den wir haben, in dem Moment, wenn es bei 26% ist, soll es ein ganz bisschen sichtbar werden. Dafür sage ich hier einfach Stroke minus 140 statt 150. Dann geht es weiter und dann muss es nämlich komplett rüber animiert werden bis zu 150. Und das soll hier in diesem Bereich passieren, wo die eigentliche Animation stattfindet. Und dann Stroke 68 und Stroke 100 soll wieder komplett verschwunden sein. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann seht ihr, dass es verschwindet, dann kurz verschwunden bleibt und dann es wiederkommt. Und in dieser Zeit, wo es verschwunden bleibt, da müssen unsere anderen zwei Animationen jetzt einsetzen. Und als erstes machen wir mal Ball Left. Dazu kopieren wir uns diese Animation einmal komplett, fügen die hier ein, aber sagen hier Ball Left. Erstellen uns dann hier drunter mal direkt eine neue Animation. Das machen wir mal weg und sagen hier Keyframes und animieren uns jetzt hier, das wollte ich nicht, sondern ich wollte hier Ball Left einfügen. Genau so. Und hier müsste ich jetzt auch nämlich einige Punkte hinzufügen, aber nicht ganz so viele, sondern 0%. Dann gibt es einen weiteren Stop Point bei 33%, bei 34% und bei 100%. Weil unsere Animation soll ja nur im ersten Drittel zu sehen sein. Also in den ersten 33% passiert im Prinzip alles. Und die gesamte restliche, also in diesem Prozent hier, wird es dann ausgeblendet. Das geht dann so quasi instant. und der ganze restliche Bereich ist einfach unsichtbar. Und wie macht man etwas unsichtbar? Wir definieren Opacity mit 0% und wir sagen hier Transform, Translate, 0,0. Das heißt, es soll auch einfach auf seiner Ausgangsposition stehen bleiben. Das Ganze kopieren wir uns jetzt hier oben einmal rein. Das soll nämlich immer so bleiben. Von 34% bis 100% soll sich quasi nichts animieren. Und wie man jetzt denken kann, werden wir aber diese beiden Attribute hier weiterhin animieren. Nämlich bei 33% ist es immer noch 1% sichtbar. Bei 0 ist es 1%, also 100% sichtbar. Und hier haben wir Minus Jump. Was heißt, es startet quasi oben und wir müssen diese beiden Werte jetzt einmal noch zu Ball Left hier reinkopieren, damit das auch korrekt startet. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal abspeichere, dann sollten wir jetzt theoretisch, wenn ich Display Non rausnehme, sollten wir jetzt unseren Ball sehen. wie ihr gesehen habt, der perfekt mit der Animation übereinstimmt und sich dann animiert. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal duplizieren. Das heißt, wir kopieren uns einmal das hier komplett, machen das jetzt hier oben einmal rein und sagen aber hier nicht Ball Left, sondern Ball Right. Sagen auch hier Ball Right. Kopieren uns das, fügen das hier einmal ein, können auch das hier einmal hier nehmen, kopieren das einmal hier rein. und was wir jetzt machen müssen, ist das quasi einmal zu vertauschen. Was heißt, das hier wird direkt bei 0% ausgeführt, das hier wird bei 33% ausgeführt, beziehungsweise nicht bei 33%, sondern bei 62% und hier bei 63% und hier unten haben wir dann 1% sichtbar, hier ist 100% sichtbar, 100% sichtbar und hier unten haben wir dann quasi den Ausgangspunkt der Animation und auch dieser Punkt hier oben startet quasi bei 0. Das heißt, der soll immer genau dort starten. In dem Moment speichere ich das jetzt mal ab und ihr seht, unsere Animation ist fertig. Sie springt jetzt wunderbar hier rüber und es sieht aus, als wenn der Kreis oder der Punkt zu diesem Stroke wird, obwohl es eigentlich drei Elemente sind, die aufeinander abgestimmt animiert werden. Durch dieses Ease In and Out ist die Prozentzahl nicht ganz genau. Das ist der Punkt, warum ich hier zum Beispiel 62% und 63% habe und nicht wie es eigentlich wären, nämlich 66% und 67% und hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr das zum Beispiel auf eure Kurven anpassen wollt, macht die Animation einfach sehr lang. Sagt hier einfach, eure Animation geht 15 Sekunden und jetzt seht ihr nämlich ganz genau, wie der Kreis fällt und dass er hier, wenn er ankommt, dass der andere genau dann startet und dann genau hier hoch geht, wenn der hier aufhört. Was heißt, ihr seht, es hat ziemlich genau gepasst, ihr könnt das aber noch weiter anpassen, indem ihr einfach mit diesen Prozentwerten hier rumspielt und es eventuell sogar noch ein bisschen genauer hinkriegen. Aber persönlich finde ich so, der Sweet Spot für diese Animation ist 1,8 Sekunden, weil eine Sekunde ist einfach zu schnell, wie ihr seht. Da passiert im Prinzip einfach zu viel zu schnell und alles, was so Richtung 3 Sekunden geht, ist einfach zu lang. Also da ist die Animation einfach, finde ich, zu langweilig. So 1,5 Sekunden geht auch noch, aber ich finde so persönlich 1,8 ist der Sweet Spot. Schreibt doch mal in die Video-Kommentare, ob euch die Animation gefallen hat und ob ihr die in eurer Webseite verwenden könnt. So, das war's für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr da jede Menge Social-Netzwerk und alle möglichen Partner-Links, wenn ihr diese Schellen supporten wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020